Hallo zusammen und willkommen auf diesem Kurs über Intellektuelle Selbstverteidigung auf dem YouTube-Kanal Warum Skeptisch sein. Letztes Mal haben wir gesehen die Definition von kritisieren und heute werden wir sprechen über die Informationen. Das ist sehr wichtig, weil wir kriegen Informationen jeden Tag und von überall. Wir kriegen Informationen von Büchern, von Radio, von Zeitungen, von Internet, von der Schule, von Fernsehern und auch von den Leuten, die wir sprechen mit. Und insbesondere heute kriegen Sie Informationen von jemandem. Und da bin ich. Sie kriegen heute Informationen von meinem Kurs, von diesem Video und es ist sehr wichtig, dass Sie bleiben skeptisch, weil vielleicht habe ich in meinen Video Fehler gemacht, vielleicht habe ich ja politische Seite und will ich Ihnen meine politische Meinung geben und so weiter. So, es ist sehr wichtig, dass Sie bleiben skeptisch auch in diesem Video. Die Informationen, die wir jeden Tag kriegen können. Falsch sein, zum Beispiel dieser Hintergrund ist schwarz, das ist falsch. Die Informationen können wahr sein, ich habe fünf Finger pro Hand oder die Informationen können neutral oder subjektiv sein, Blumenkohl schmeckt gut oder die Informationen können unklar sein. Zum Beispiel, Gedanken sind quantum. So, was heißt quantum und was ist die Definition von quantum und wie ist das verbunden mit Gedanken? Das ist nicht klar. Diese Informationen, so diese vier Typen von Informationen sind überall um uns. Jetzt, was wären die Lösungen, wenn wir alle diese Informationen haben? Was können wir machen? Können wir vielleicht wie dieser Mann machen? Dieser Mann hat einen Helm, so er ist geschützt von jeder falschen Information. Er ist sicher, er kriegt keine falsche Information. Und das erinnert mich von einem Mann, von griechischen, einen griechischen Mann aus der Antike und er heißt Piron von Elis. Dieser Mann war eine sehr extrem skeptisch. Er war so extrem, dass er sagte, ja, ich glaube, dieser Tisch existiert nicht, ich glaube, diese Stühle existiert nicht. Und es gibt eine Geschichte, die sagt, dass einmal er hat gesagt, ja, ich glaube, dass dieser Baum existiert nicht. Und er ist gegen den Baum gelaufen. Und natürlich viele Leute lachen auf ihm wegen dieser Geschichte. So, wir können sehen, dass dieser Mann, diese Position mit diesem Helm ist sehr extrem. Und ich denke, das ist nicht eine sehr gute Position, weil natürlich dieser Mann lernt nicht. Natürlich, er kriegt keine falsche Information, aber er kriegt auch keine wahr Information. So, er lernt nicht. Jetzt, zweite Position wäre, wie dieser Mann zu machen. Dieser Mann nimmt alles. Falsch, wahr, unklar, subjektiv. Er nimmt alles. Er glaubt, dass, oder er denkt, dass alles ist wahr. Und das Problem natürlich mit diesem Mann ist, er bekommt auch falsche Informationen. Natürlich, keine von uns sind wie diese beiden Männer. Das sind zu extreme Positionen. Wir sind alle, jede von uns sind in der Mitte. Wir machen wie dieser Mann. Dieser Mann benutzt dieses Objekt und diesen Mann, er filtert. Das heißt, er sagt, ja, diese Information, ja, nach einer Analyse, ich denke, es ist wahrscheinlich wahr oder ich denke, es ist wahrscheinlich wahr, falsch und so weiter. Aber er nimmt nicht alles so oder er macht nicht alles weg. Er filtert. Und diese Filter, dieses Objekt ist kritisches Denken. Und jeder von uns hat solche Filter in seinem Kopf. Aber die Frage ist, wie man entwickelt das. Weil, ja, es gibt Unterschied. Manche von uns haben nicht die gleiche Filter als die andere. Und wir sagen, dass, ja, diese Information, ich denke, es ist wahr, aber andere Person denkt, diese Information ist falsch und so weiter. So, wie kann man das entwickeln? So, um dieses Objekt, dieses Filter zu entwickeln, dieses kritisches Denken zu entwickeln, müssen wir eine Methodologie benutzen und müssen wir Werkzeuge benutzen. Und das will ich Ihnen beibringen mit diesem Kurs, mit diesem Video, Methodologie und Werkzeuge. Heute jetzt sehen wir das erste Werkzeug. Diese Werkzeuge ist vielleicht das wichtigste, weil Sie werden dieses Werkzeug benutzen für jede Information, Sie werden kriegen. Diese Werkzeuge heißt der Wahrscheinlichkeitsregler. Was ist das? Der Wahrscheinlichkeitsregler geht von falsch bis wach und für jede Information, Sie werden kriegen, können Sie diese Information auf der Wahrscheinlichkeitsregler positionieren. Zum Beispiel die Information 1 gleich 0. Diese Information, ich denke, es ist 100 Prozent falsch. Warum? Weil diese Information ist axiomatisch. Ich kenne die Definition von 1, ich kenne die Definition von 0, ich kenne die Definition von gleich. So am Ende, ich weiß, dass diese Information ist 100 Prozent falsch. Es ist gleich, mit 1 plus 1 gleich 2. Eine axiomatische Aussage nochmal 100 Prozent wahr. Aber natürlich, die Informationen sind nicht so einfach zu positionieren. Wenn ich nehme zum Beispiel die Information Drachen existieren und hier Sie können meine Bild sehen. Warum? Weil die Information, die wir positionieren auf einen Wahrscheinlichkeitsregler sind Personal. Das heißt, jeder hat seine eigene Wahrscheinlichkeitsregler für jede Information. Vielleicht haben Sie Informationen, die ich habe nicht und Sie haben eine andere Position für Drachen existieren. Aber hier, das ist meine Bild so, das ist meine Position für diese Information. Drachen existieren, ich denke, das ist sehr, ja fast 100 Prozent falsch. Warum? Weil, ja, von was ich verstehe, von was Drachen sind, von was ich verstehe von unserer Kultur und so weiter, ich denke, dass Drachen existieren, ist sehr wahrscheinlich falsch. Ich bin nicht 100 Prozent sicher, weil, um 100 Prozent sicher zu sein, ich sollte vielleicht überall in dem Universum und in jeder Zeit sein und das ist natürlich nicht möglich. Und generell sagen wir das, um zu beweisen, dass etwas existiert nicht, es ist nicht möglich, um zu beweisen, dass etwas existiert nicht. So, ich bin fast 100 Prozent sicher. Jetzt andere Information. Die Erde dreht sich um die Sonne. Ich denke auch, es ist fast 100 Prozent wahr. Nochmal, weil, von was ich verstehe von die Bewegung von Planeten, von was ich verstehe von mathematisch, physisch und so weiter, ich denke, das ist sehr wahrscheinlich schwach. Jetzt sehen wir eine andere Information. Wenn du Sport machst, verlierst du Gewicht. Diese Information ist ein bisschen mehr kompliziert, weil es scheint, es ist falsch, aber es könnte wach auch sein. Und ja, natürlich, diese Information ist falsch und wach. Es benötigt eine zusätzliche Analyse. So, ja, weil, wenn du machst, zum Beispiel, ja, fünf Minuten Sport pro Woche und du isst Magnonald jeden Tag, du wirst wahrscheinlich kein Gewicht verlieren. Aber wenn du machst, ja, ich weiß nicht, zwei Stunden Sport pro Woche und du isst gesund, wirst du wahrscheinlich Gewicht verlieren. Und danach noch ein Stück weiter, wenn du machst, äh, zwei Stunden Sport Krafttraining pro Tag und du, äh, ja, sehr intensiv Krafttraining, äh, es könnte sein, dass du baust deine Muskulatur und in diesem Fall vielleicht wirst du auch nicht, äh, Gewicht verlieren, weil du wirst mehr Muskeln haben und so weiter. So, ja, diese Information ist in der Mitte hier. Weil es ist falsch, es ist wahr, es ist abhängig von der Kontext. Es benötigt eine zusätzliche Analyse. Aber auf jeden Fall habe ich eine Position für diese Information. Danach sehen wir ein anderes Beispiel. Es existiert Leben außerhalb der Erde. Was machen wir mit dieser Information? Es scheint, ja, ich könnte sagen, dass diese Information ist sehr wahrscheinlich wahr. Ich könnte sagen, ja, es gibt so viele Sterne, so viele Planeten, so viele Planeten in dem Universum, dass sie ist wahrscheinlich wahr. Oder jemand könnte sagen, ja, es ist nicht möglich, äh, weil, äh, ja, ich weiß nicht, äh, wir haben, äh, ja, wir haben nicht genug, äh, 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 Möglichkeit das existiert und so weiter, so sagen, nee, es ist falsch. Aber, um korrekt zu sein, wir haben keine gute Beweise, dass diese Information wahr ist oder wir haben keinen guten Beweis, dass diese Information falsch ist. So, es existiert Leben außerhalb der Erde ist momentan für mich nicht wahr und es ist momentan für mich nicht falsch. So, vielleicht nehmen wir diese Information hier in der Mitte. So, es existiert Leben außerhalb der Erde ist ja, wahr und falsch und benötigt zusätzliche Analyse und natürlich nein. Es ist ein bisschen mehr komplex als das, weil diese Information ist wie gesagt nicht wahr, nicht falsch und keine zusätzliche Analyse von dieser Information wird etwas nehmen. Diese Information hat einen anderen Platz auf diese Wahrscheinlichkeitsregler und dieser Platz ist hier. Diese Position heißt, ich weiß es nicht oder ich setze meine Urteile aus. Das ist die Unsicherheitsposition und das ist eine sehr wichtige Position. Weil momentan in unserer Gesellschaft wir denken zu viele, dass wir müssen eine Position haben, für jede Information sie kriegen. Wir müssen sagen, ja denken, dass eine Information ist falsch oder ist wahr, aber wir können nicht sagen, ich weiß es nicht. Weil zu viele Leute denken, dass ich weiß es nicht ist eine schwache Position. Das ist ja, du denkst, du sagst, du weißt es nicht, du bist schwach. Und natürlich, ich denke, das ist komplett anders. Ich denke, dass wenn du sagst, ich weiß es nicht, es ist ehrlich und es ist sehr, sehr stark. So, ja, diese Position müssen wir, wenn wir studieren, kritisches Denken, müssen wir diese Position sehr viel benutzen. Wenn wir haben nicht genug Informationen, um selbst zu positionieren, wir müssen sagen, ich weiß es nicht. Hierzu ein letzter Punkt von dieser Video. Flexibel in der Abhängigkeit der neuen Informationen. Das ist sehr wichtig. Weil, nehmen wir nochmal diese Beispiele, es existiert Leben außerhalb der Erde. Ja, ich weiß es nicht momentan, ob es wahr ist oder falsch ist. Momentan ich bin in die, weiß es nicht, ich weiß es nicht Position. Aber es könnte sein, dass, ja, in ein paar Jahren, in ein paar Dekade, jemand kommt und findet gute Beweise, die zeigen, dass, ja, Leben wahrscheinlich existiert außerhalb der Erde. Vielleicht ein Teleskop wird entdecken, ja, Licht, die zeigt, dass es irgendwo auf einem Planeten gibt, auch Leben. So, in diesem Fall werde ich meine Kursor hier bewegen, von hier, ich weiß es nicht, bis hier sehr wahrscheinlich war. Und so weiter. So, es ist sehr wichtig, flexibel in der Abhängigkeit der neuen Informationen zu sein. Der Wahrscheinlichkeitsregler ist nicht fest. Es kann bewegen. So, das ist der Ende von diesem Video. Vielen Dank, dass Sie es angeschaut haben. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, können Sie unten diese Video schreiben. Ich werde mit Vergnügung antworten. Und treffen wir uns, ja, für die dritte Video gehen wir weiter mit anderen Werkzeugen. Nochmal vielen Dank, bis nächstes Mal und bleib skeptisch. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.